Heute mal wieder mit dem Thema Funk. Allerdings eher so im Sinne von kabelloser Datenkommunikation für Mikrocontroller. Wenn wir davon reden, dann ist heute eigentlich WLAN so der Standard. Spätestens mit dem ESP8266 oder Raspberry Pi Zero W sind ja irgendwie quasi alle IoT-Geräte ins WLAN gewandert. Und ja, das natürlich auch unabhängig davon, ob man jetzt selber bastelt oder fertige Produkte holt. Und wir hatten ja schon gesehen, hier diese Sonoffs und so, die nutzen ja intern auch nun in ESP. WLAN hat da aber so zwei große Probleme, wenn es um Steuerung geht. Und da gibt es natürlich mehr oder weniger gute Lösungen für, um da drum herum zu kommen. Fangen wir erstmal mit dem Stromverbrauch an. WLAN, das ist nicht unbedingt sparsam. Gerade wenn man vom Batteriebetrieb redet, da ist WLAN jetzt nur so mäßig geeignet. Man kann zwar Deep Sleep & Co nutzen und damit sehr viel sparen. Allerdings heißt das natürlich auch, wir schlafen und können nicht die ganze Zeit zuhören. Und wer möchte schon irgendwie zum Beispiel eine Steckdose oder Lampe haben, die dann erst nach ein paar Sekunden angeht. Wir bräuchten also irgendwas, was die ganze Zeit zumindest mal empfangen kann und dabei möglichst wenig Strom braucht. In der Vergangenheit hatte ich hier auf dem Kanal ja schon mal den NRF 24 L01 gezeigt. Ich habe hier schon in Projekten genutzt. Das ist eine so eine Möglichkeit. Es hat dann zwar weniger Bandbreite, ist aber eben auch deutlich sparsamer, was den Stromverbrauch angeht. Das zweite Problem, das ist die Reichweite. Bei WLAN, da ist drinnen ja meistens so nach wenigen Wänden Schluss und dann muss man improvisieren. Klar, man kann weitere Access Points aufhängen oder diese komischen geschwindigkeitseinschränkenden Repeater da ins Netz reinhängen. Aber toll ist das alles nicht so wirklich, spätestens dann, wenn man relativ große Sachen machen möchte. Hier können dann auch speziellere Funksysteme helfen. Einerseits, da sorgt die kleinere Bandbreite dafür, dass sich die Geräte auch auf längere Strecken noch verstehen. Denkt euch einfach, dass ihr irgendwie einen Raum mit vielen Nebengeräuschen habt. Wenn das Gegenüber langsamer spricht, habt ihr eine bessere Chance, ihn zu verstehen. Bei Funk gibt es aber noch eine zweite Geheimwaffe, Mesh. Mesh sind Geräte, die in der Lage sind, ein Signal zu empfangen und dann weiterzuleiten. Jedes zusätzliche Gerät vergrößert also quasi das Netzwerk. Das gibt es auch bei WLAN, hat aber ein großes Problem, sowohl bei WLAN als auch hier. Naja, wir müssen erst empfangen und dann senden. Das heißt, wir erhöhen die Latenz deutlich, wir senken die Bandbreite deutlich. Man kann so Milchschmännchenrechnung sagen, jeder Repeater macht die Bandbreite um die Hälfte. Bei WLAN ist das ein bisschen uncool, weil da sind halt auch so Sachen wie PCs oder Fernseher meistens drin, die ja doch ein bisschen mehr Bandbreite brauchen. Und naja, so ein Repeater senkt halt die Bandbreite für alle in demselben Netz. Bei Steuerung ist das meistens aber nicht ganz so problematisch, weil da brauchen wir keine höheren Datenraten in dem Sinne. Von daher kann man an der Stelle Mechch meistens besser verschmerzen. Damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Das ist nämlich Zigbee. Zigbee, das ist ein Funkstandard, der vereint die oben genannten Dinge so ein bisschen. Prinzipiell läuft Zigbee fast immer auch auf 2,4 Gigahertz. Also dieser ISM Frequenz, die auch für viele andere Dinge benutzt wird, wie zum Beispiel WLAN, Bluetooth oder eben auch die genannten NRF 24er. Das Ganze basiert dabei auch auf einem Standard. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass WLAN ja 802.11 ist. So ähnlich geht auch Zigbee. Zigbee nutzt hinten dran nämlich 802.15.4. Ausgeschrieben oder abgekürzt ist es LRWPAN oder ausgeschrieben Low Rate Wireless Personal Area Network. Ich glaube, wir bleiben bei Zigbee. Die Geschwindigkeit, die ist dabei festgelegt auf 250 Kilobit pro Sekunde. Also sicher nichts für Videostreaming, aber für ein paar Messwerte oder kurze Steuernachrichten ist das eigentlich ausreichend. Das Ganze ist auch verschlüsselt so ein bisschen. Das funktioniert ähnlich wie bei Bluetooth. Bei Bluetooth kennt man es ja auch, dass man meistens eine Taste drückt und dann verbindet sich das mit eurem Gerät und danach ist die Datenkommunikation nur mit eurem Gerät und verschlüsselt. Ist hier ähnlich. Allerdings gibt es da wohl teilweise auch Hardcoded Keys, die man finden kann. Also ich würde jetzt für kritische Sachen oder gar Sicherheitsdinge wie z.B. Türschlösser jetzt nicht unbedingt auf Zigbee setzen wollen. Reichweite, die geben sie mit 100 Meter in Innenräumen an. Ist wie üblich sehr stark von der Umgebung abhängig. Aber wie schon gesagt, wir haben ja Mech. Das heißt, es ist auch denke ich nicht ganz so wichtig. Das Protokoll selber ist aktuell in der Version 3. Die kam 2016 raus und ist meines Wissens aber auch abwärts kompatibel. Prinzipiell, wenn ihr heute im Laden was kauft, ist wahrscheinlich die aktuelle Version drin. Hinter Zigbee da steht so eine Allianz zwischen 500 Firmen und Herstellern, sagt jedenfalls das Prospekt. Bekannte Vertreter davon, das ist Philips mit ihrem Philips Hue System oder Ikea mit Drahtfrei. Aber auch Amazon oder wenn man es günstig mag, Tuya sind da relativ bekannte Vertreter. Das klingt jetzt alles zu gut, um wahr zu sein. Jep, ist es auch ein bisschen. Es gibt da natürlich Haken. Der größte, naja, es ist kein freier Standard. Wer Zigbee bauen will, der muss da Mitglied werden, jährliche Gebühren zahlen und jedes Gerät auch zertifizieren lassen. Das hat zwar den Vorteil, dass man bei offiziellen Zigbee Geräten im Prinzip keine Kompatibilitätsprobleme so schnell haben wird. Heißt aber eben auch, dass es prinzipbedingt nicht wirklich offiziell irgendwas an Open Hardware über Open Source Firmware geben kann. Es gibt zwar so ein paar Devboards oder Module, mit denen man sich selber da Schaltungen bauen kann, aber ich schätze, das ist eher so ein bisschen Grauzone, das zu nutzen. Alternativen zu Zigbee, das wäre zum Beispiel Z-Rave oder Bluetooth. Die haben beide ihre Vor- und Nachteile. In der Praxis sind aber auch beide deutlich seltener als Zigbee zu finden. Für Bastler sei hier auch noch die NF24 L01, die ich eben erwähnt habe, oder auch ESP Now erwähnt. Das ist von den ESP8266 und ESP32 ein System. Die sind zusammen mit Bluetooth oft einfacher in eigene Dinge einzubauen. Allerdings haben sie auch ihre eigenen Beschränkungen. NRF zum Beispiel klappt meistens nur mit den NRF-Boards. ESP Now klappt nur mit den ESP-Boards. Und ja, muss man dann immer gucken, was für einen selber das Schönste ist. Aber zurück zu Zigbee oder genauer gesagt zu dessen Aufbau. Da gibt es nämlich drei Arten von Geräten. Das erste, das sind End-Devices, also End-Geräte. Das ist relativ einfach. Das ist allerhand Zeugs, was Sensor oder Aktor ist. Also Dinge, die Werte liefern oder sich ansteuern lassen. Die Dinger laufen oft mit Batterie, sind also auf geringen Stromverbrauch ausgelegt und ist dann zum Beispiel hier so ein klassischer Temperatur- und feuchte Sensor. Wichtig hierbei, End-Geräte sind wie gesagt auf geringen Stromverbrauch ausgelegt. Die hören also nicht die ganze Zeit zu, sondern liefern dann zum Beispiel bei einem Temperatursensor nur bei Temperaturänderungen größeren Messwert oder auf andere Events, die von außen kommen, aber nicht die ganze Zeit. Das andere Ende von unserem Baum, das ist der Koordinator. Das ist der Mittelpunkt unseres Netzes. Bei den Herstellern heißt das meistens Gateway. Das ist möglicherweise irgendeine Box, die auf der einen Seite Zigbee spricht und auf der anderen die ganzen Sachen dann über Ethernet, WLAN oder USB wieder rausrückt. Der Koordinator, der kümmert sich neben der Umsetzung zwischen den unterschiedlichen Standards auch um so Dinge wie den Austausch von diesen Verschlüsselungsschlüsseln und allgemein die Netzstruktur. Die kommerziellen Gateways, die haben dann üblicherweise auch eine Verbindung zu irgendeiner Cloud und dann gibt es eine passende Smartphone-App, mit der man die angebundenen Geräte dann wieder steuern kann. Dieser Koordinator bzw. das Gateway ist also am Ende genau das Ding, was dann bestimmt, was ihr am Ende zum Steuern in der Hand habt. Aber wir haben ja gesagt, es gibt drei. Das fehlende Ding, das ist der Router. Das darf man jetzt nicht so mit dem typischen Router von WLAN verwechseln, sondern technisch gesehen oder im Falle von Zigbee gesehen, ist ein Router eigentlich auch ein End-Device, wie wir das eben beschrieben hatten. Allerdings, ja, der hat einen wichtigen Unterschied. Der erweitert nämlich das Mech, fungiert also als Repeater. Klassischerweise kann man sagen, so Dinge, die mit einer Batterie laufen, sind meistens Endgeräte. Dinge, die einen Stecker drin haben, die Zwischenstecker zum Beispiel, das ist meistens ein Router, der dann auch das Netz erweitert, einfach weil er nicht Strom sparen muss und die ganze Zeit zuhören, jetzt nicht unbedingt dafür sorgt, dass die Akkulaufzeit runtergeht. Also, Kurzfassung. Zigbee ist relativ einfach, üblicherweise herstellerübergreifend, nutzbar, gut verfügbar. Die Geräte kann man überall kaufen und zumindest mal ein bisschen sicherer als so die klassischen Funkfernbedienungen. Am Ende ist und bleibt es aber Funk. Es ist also anfällig für Störungen und kann bei Sicherheitslücken auch ohne Zutritt zur Wohnung dann von draußen übernommen werden. Sollte man also immer im Hinterkopf behalten, ob man das in der Form will oder nicht. So, genug geschwaffelt, jetzt wird gebastelt. Denn, oh Wunder, oh Wunder, ich habe mir da schon mal was organisiert. Das sieht nämlich hier so aus. Ja, offensichtlich ist das irgendwie ein USB-Stick. So viel hat man denke ich schon gesehen. Das Ding schimpft sich selber. E18-2G4U04B. Ähm... Ja. Machen wir es mal auf, dann wird das deutlicher. Im Inneren haben wir nämlich das hier, dieser Chip in der Mitte, den wir sehen, ist ein CC2531. An der Stelle schon mal ein Hinweis. Ihr wollt das Ding wahrscheinlich nicht kaufen, also jetzt nicht direkt den Warenkorb irgendwo legen. Hört mal bis zum Ende zu. So, fangen wir erstmal an. Was ist dieser CC2531 denn, den wir hier haben? Naja, wenn wir hier ins Datenblatt gucken, das Ding stammt von Texas Instruments und ist ein USB-enabled System-on-Chip-Solution for 2.4 Gigahertz, IEEE 802 15.4 and Zigbee Applications. Auf gut Deutsch, das Ding ist ein kleiner Mikrocontroller, der USB sprechen kann und gleichzeitig Zigbee sprechen kann. Ist also irgendwas, was wir programmieren können und Dinge mit tun können. Wir können den als entsprechenden Coordinator benutzen, müssen wir aber nicht. So, also zurück zum Stick und naja, im Endeffekt haben wir hier auf dem Stick lediglich diesen Mikrocontroller drauf mit entsprechend den Quarzen, ein paar Knöpfen zum Drücken der USB-Anschluss und was wir ja auch drauf haben, das ist hier hinten, ist wahrscheinlich nicht so schön zu sehen, eine Onboard-Antenne und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich gesagt habe, dass man da sich überlegen sollte, ob man den nutzen möchte oder nicht. Zum einen, naja, wir haben hier eine Onboard-Antenne, die hat jetzt nicht die beste Reichweite, wenn man also nicht irgendwie Router in seinem Netzwerk drin hat, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen knapp werden. Das zweite ist, naja, wenn wir hier nochmal im Datenblatt gucken, September 2009, der Chip ist jetzt nicht unbedingt der neueste und ja, das macht sich dann gegebenenfalls auch bei Geschwindigkeit und Features ein bisschen bemerkbar. Insbesondere gibt es wohl Probleme, wenn man hingeht und zu viele Geräte hier an diesen einen Stick dranhängt, also zu viele Geräte im Netzwerk hat, dann kommt dieser Stick schon mal ein bisschen aus dem Tritt. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen es hier benutzen, weil er lag halt bei mir noch in der Kiste. Ähm, naja, wir brauchen also irgendwie was mit Firmware. Jetzt ist die Sache, wenn man die Dinger kauft, man kommt sehr auf den Händler an, was man bekommt. Teilweise, da werden sie komplett ohne Firmware ausgeliefert. Teilweise werden sie mit einer Firmware ausgeliefert, die zum Sniffen gedacht ist, also einfach nur zum Mitlesen, aber nicht Koordinator. Oder sie werden mit der Z-Stack-Firmware ausgeliefert. Das ist eine spezielle Firmware, die stammt ursprünglich von, oder der komplette Library-Baum stammt von Texas Instruments selber. Ist entsprechend dann auch für hier die üblichen Controller von denen, wie zum Beispiel den 2531, den wir haben, verfügbar. Wie wir hier sehen, hier gibt es den Kön. Der hat das hier auf GitHub fertig kompiliert. Das heißt, wir müssen da nicht mehr allzu viel machen. Und das macht es dann natürlich für uns einfacher, wenn wir hier nämlich gucken. Wir wollen hier einen Koordinator. Und ja, jetzt kommt es darauf an, was man haben will. Da muss man ein bisschen suchen. Hier unten kann man aber glücklicherweise den 2531 gucken. Hier gibt es diverse Zigbee-Versionen, was es aktuell gibt und so weiter. Wir sehen jetzt hier schon die Standard-Firmware. Das ist der Z-Home 1.2 für den hier. Der kann Zigbee 1.2 HA und maximal 20 Geräte, die direkt dran sind, sowie 30 Routen, wenn ich das richtig interpretiere. Es gibt noch eine Firmware für das Ding, die auch Zigbee 3 spricht. Kann da nur 15 Geräte, wird eher eng. Also gehen wir hier oben auf die Home 1.2. Wir wollen die Binary-File und hier gibt es zwei Stück. Einmal Default und einmal Source-Routing. Der Unterschied ist, dass die Default das ist, was wir eben gesehen haben, mit den maximal 20 Geräten. Source-Routing kann nur, ich glaube, 5 Geräte. Kann dafür aber besser mit Routern umgehen und kippt nicht so schnell um. Wir bleiben jetzt erstmal bei unter 20 Geräten, also Default und wir sehen jetzt hier gibt es irgendwie ZIP-Dateien für verschiedene Geräte. Naja, wir wollen der hier 2531. Default und wir sehen, die ist vom November letzten Jahres, also halbwegs aktuell. Wenn wir uns die aber angucken, wie kriegen wir die denn da drauf? Naja, da müssen wir ein bisschen weiter gucken und glücklicherweise kommt uns auch hier der CoinKunk zur Hilfe. Und zwar hat er noch ein zweites Repository, das nennt sich Zigbee2MQTT. Was könnte das wohl machen? Überraschung, es setzt Zigbee auf MQTT um. Und MQTT hatten wir ja schon ein paar Mal gesehen. Damit kann man wunderschön Dinge in der eigenen Heimautomation machen und so sich etwas aufbauen, was nicht über eine Cloud läuft. Das heißt, man ist dann nicht davon abhängig, dass irgendein Anbieter gerade gute Laune hat und nicht seinen Dienst einstellt. Dieses Projekt unterstützt dann überraschenderweise auch Z-Stack. Wenn wir da ein bisschen weiter gucken, irgendwo im Guide steht hier die Supported Adapters. Wenn wir reingucken, dann können wir gucken, was unterstützt wird. Wir haben hier Recommended. Wenn wir runter scrollen, ist ja hinterher Not Recommended, weil eben Outdated Chip, der CC2531 drin. Hier ist einmal beschrieben, was man alles beachten muss. Unter anderem Bad Range, hatte ich ja schon gesagt. Might not be powerful enough for networks over 20 devices, also nicht mehr als 20 Geräte im Netzwerk, da sonst könnte es wackelig werden. Und hier steht noch was, benötigt zusätzliche Hardware zum Flashen. Kommen wir gleich zu. Wir gehen jetzt erstmal die Flashing Instructions hier rein. Da ist beschrieben, wie man das Ganze macht. Wenn wir jetzt hier gucken, Required Hardware, CC-Debugger. Und ja, auch wer sich hier auf YouTube so ein bisschen umguckt, zum Beispiel der Kollege mit diesem seltsamen Schweizer Akzent, der hat da auch sich erstmal so einen CC-Debugger gekauft. Ich meine, der kostet nur 9 Dollar hier nach, plus nochmal 2 Dollar fürs Kabel. Aber ich habe aber nur den Stick hier und ich will das jetzt machen. Ja, glücklicherweise gibt es eine Lösung. Denn entgegen der offiziellen Anleitung, die gut ist, gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Und die haben wir hier oben nämlich verlinkt. Das Ganze kann man nämlich auch über einen Raspberry Pi oder einen kleinen Mikrocontroller wie ein Arduino machen. Ja, ich glaube, wir machen das. Also gehen wir auf die Alternative Flashing Methods. Und hier ist dann schön beschrieben, einmal mit dem Raspberry Pi. Die nutze ich jetzt nicht. Wenn wir weiter runter gehen, mit einem Arduino Uno oder ESP8266 mit CC-Loader oder via CC-Lib, was eine Alternative auch sein kann. Ihr seht ja schon sehr viele Bilder, sehr viele Beschreibungen. Ich selber gehe hier mit dem CC-Loader. Das ist eine Software, die auch auf GitHub rumliegt. Wir sehen, das ist extra dafür gedacht. Und den kann man sowohl für Windows als extra runterladen, als auch entsprechend natürlich unter Linux kompilieren. Klingt nach einer guten Idee, aber wir müssen natürlich gucken. Wir müssen den anklemmen. Hier haben wir zum Glück ein Bild mit einem Layout. Aber wenn wir nochmal rüber gehen auf unser Foto, das ist jetzt nicht unbedingt dasselbe, was ich bei mir drauf habe. Aber wir haben ja da eine Beschriftung oben rechts VDC-RG. Könnte das VCC, Data, Clock, Reset und Ground sein? Ja, natürlich ist es das. Das ist der Programmierport. Ich weiß also, was wohin muss. Beim ESP selber habe ich mir einen NodeMCU geholt. Das ist jetzt glaube ich ein ESP32. Der lag ja jetzt hier gerade rum. Da kann man mehr oder weniger beliebige Pins benutzen. Ich habe jetzt einfach die ersten geholt und die Verkabelung hier ist nicht schön. Das liegt unter anderem daran, dass bei dem kleinen USB-Stick, den wir haben, das ist vom Pin-Abstand her nicht dieses Standard 2,54er Maß, sondern ich glaube 1,27er war es. Ist also kleiner und man kriegt nicht so Standard-Stiftleisten rein. Ich könnte jetzt natürlich meinen Adapter suchen. Aber man sieht ja, ich habe jetzt hier einfach so ein bisschen Draht geholt. Das sind sogar nur diese Zusammendreh-Dinge, wenn man irgendwie Kabel am Stück kauft, die einfach abisoliert da rein gemacht und dann auf diese nicht wirklich Dupont-Kabel umgesetzt. Es ist nicht schön, es ist nicht zuverlässig, aber um einmal zu flächen, sollte es reichen. Bei der Software halten uns einfach an das, was in der Anleitung von SIGB2MQTT steht. Das heißt, wir laden uns die Firmware runter, entpacken die und müssen dann hier mit einem Object-Copy-Befehl das Ganze auspacken sozusagen. Das heißt also ein Teil da rauspopeln aus der Binary. Man darf sie nicht direkt benutzen, steht hier drin. Glücklicherweise ist der Befehl für Windows und Linux dabei. Also machen wir das hier einfach mal einfach direkt wieder hier in den selben Ordner und schon haben wir statt unserer Hex-Datei auch eine Binary. Als nächstes brauchen wir den CC-Loader. Das ist extra hier, um entsprechend über einen Arduino das Ding zu programmieren. Wie wir sehen, es gibt da entsprechend das für Arduino, es gibt den Kram für den PC und auch wenn das hier für den CC 2540 ist, es sollte auch bei uns funktionieren. Also gehen wir hin, kopieren uns hier einmal die URL zum Klonen, nutzen git-clone die URL und dann haben wir den kompletten Ordner mit allem, was wir brauchen da. Das ist aber nur der Source-Code. Also machen wir da draußen noch schnell eine Binary. Das findet sich im Ordner Source-Code Linux. Für Linux offensichtlich. Und wir nutzen gcc-main.c und Ausgabedatei ist cc-loader. Und schon haben wir hier eine ausführbare Datei. Für Windows ist, glaube ich, eine Excel mit dabei. Dann könnt ihr das direkt nutzen. So, Software steht. Jetzt brauchen wir das Ganze aber noch für den Arduino. Da gibt es im Unterordner Arduino CC-Loader eine entsprechende INO-Datei, also eine entsprechend programmierbare Datei. Was man hier drin gucken muss, die Adressen und so sind üblicherweise richtig, aber weiter unten ist das Pinout definiert. Das müssen wir natürlich dann entsprechend anpassen auf das, was wir hier haben. Ich habe ja den ESP32. Da sind es nicht die Pins 6, 5, 4 und 13. Also schnell in der Arduino IDE gemacht. Hier entsprechend meine Pins eingetragen und das Ganze auf den ESP32 hochgeladen. Damit sollte dann unser notdürftiges Programmiergerät hier einsatzfähig sein. Last but not least muss die Software hoch. Hier gibt es ein paar Beispiele. Wir nutzen also den cc-loader, den wir eben uns gebaut haben. Dann den Namen vom USB-Device und entsprechend dann hier die Angabe von der Firmware, die wir da drauf machen wollen. Das ist jetzt hier die entsprechende BINÄR-Datei, die wir da eben mit Object Copy erzeugt haben. Last but not least steht hier eine Null. Das, wie wir sehen, funktioniert aber nur so mäßig. Hier steht jetzt Waiting for Response. Aber nichts passiert. Im nächsten Satz ist aber ja schon beschrieben, wenn es nicht funktioniert, soll man einfach mal mit einer 1 am Schluss probieren. Das hier ist nämlich der Standardmodus für den Arduino Uno. 1 geht rüber auf Arduino Leonardo und wir sehen, das war es schon. Comport Closed. Das sieht also deutlich besser aus. Wir hatten zwar jetzt No Chip Detected, aber wenn wir mal ein bisschen die Kabel festhalten, dann sehen wir hier Begin Programming und die Firmware wandert rüber, weil so wirklich nur ein loses Kabel eben. Okay, heißt dann jetzt, wir warten, bis das die komplette Firmware einmal rüber zum IC kopiert ist. Das sieht dann hier so aus. File Closed, Comport Closed und Program successfully. Das klingt doch schon mal gut. Also mit etwas Glück haben wir unseren USB-Stick jetzt fertig. Und auch wenn wir hier drüben gucken, wir sehen, hier ist ein neues Gerät, TTYACM0, was sich selbst beschreibt als Texas Instruments TI-CC2531 USB-CDC. Ich glaube, das kommt hin. Was machen wir jetzt mit diesem Gerät? Naja, das kann man dann benutzen mit verschiedenen Systemen. Ich habe ja eben schon erwähnt, SIGB2MQTT ist da eine relativ einfache Sache. Kurzfassung, es gibt eine Config-Datei, wenn man es installiert hat. Da hat man ein paar Optionen. Man kann sagen, ob Home Assistant eingeschaltet werden soll. Wenn man das macht, dann findet Home Assistant die Geräte automatisch. Das nächste ist, dürfen neue Geräte angehangen werden. Standard ist True. Wenn man fertig ist und alle Geräte dran hat, möchte man es vielleicht auch False machen, sodass da nicht irgendwie die Nachbarn auch noch ihre Geräte bei euch dranhängen. Dann kommt der MQTT-Server, den man eintragen muss mit allen nötigen Zugangsdaten. Und last but not least, Serial ist einfach nur die Angabe, wo das Ding ist. Und wenn wir hier gucken, wir haben entsprechend unser System hier. Wir sehen, Permit Join ist True. Er ist verbunden. Im oberen Bereich sehen wir auch, dass er das Ding gefunden hat. Wir sehen, hier ist die Revision vom 15. November 2021. Z-Stack 1, 2 und 0 Devices Joint. Und wenn ich mir jetzt mal hier so eine Steckdose, so eine Zwischensteckdose zum Beispiel hole, die noch in der Kiste rumlag, den Knopf gedrückt halte. Das ist bei denen der Pairing-Mode. Dann sehen wir, es gehen Daten hin und her. Und nach kurzem Moment unten sehen wir Successfully Configured. Und oben auch den Namen Tuya Smart Plug. Das kommt hin. Und wenn ich jetzt an der Steckdose über den Knopf an- und ausschalte, sehen wir auch, der meldet sich hier, wie denn der Status ist. Und natürlich könnte ich das Ding jetzt auch über MQTT steuern. Aber die ganze Einrichtung von Zigbee zu MQTT, die machen wir dann nochmal separat. Denn da habe ich noch ein bisschen was anderes vor, als hier einfach einen USB-Stick in meinem Rechner drin zu haben. Ich denke aber, man hat relativ gut jetzt gesehen, dass der ganze Zigbee-Kram offensichtlich funktioniert. Auch herstellerübergreifend. Wir haben jetzt hier einen TI-Stick mit einem Tuya-Endgerät, ohne Probleme koppeln können. In hier dem Fall mit einem selbstgebauten Gateway. Genauso würde es aber auch mit den kommerziellen gehen, die dann auch Apps oder so direkt mitbringen. Ich selber werde das Ganze natürlich am Schluss mit Home Assistant und Co. lokal betreiben. Das heißt also, ohne irgendwelche Cloud-Anbindungen, sodass ich nicht davon abhängig bin, dass da gerade die Internetverbindung da ist und der Anbieter gute Laune hat, ist mir persönlich lieber, meine Steuersachen im LAN zu halten. Ja, die Vor- und Nachteile von Zigbee hatte ich ja eben schon gesagt. Es ist relativ einfach, aber sicherheitstechnisch eventuell nicht so dolle. Und es ist auch teilweise zumindest ein bisschen teurer als die WLAN-Endgeräte. Dafür halten die Batterien länger. Man hat direkten Mesh mit dabei. Und ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall hier noch ein paar mehr Geräte dranhängen. Ihr habt ja schon gesehen, ich habe hier noch ein bisschen was rumliegen. Aber zumindest mal so auf den ersten Blick tut der ganze Kram, was er soll.